Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf unserer Erde. Es macht ihn einzigartig, den blauen Planeten. Jenseits der Ozeane ist das Wasser jedoch ziemlich ungleich verteilt. In manchen Regionen der Welt ist das Wasser sehr knapp. Deutschland dagegen ist ein wasserreiches Land. Jedes Jahr fallen hier im Durchschnitt 307 Kubikkilometer Niederschlag. Das sind 860 Liter pro Quadratmeter. Wenn das Niederschlagswasser stehen bleiben würde, ergebe das im Durchschnitt einen 86 Zentimeter dicken Teppich aus Wasser über das ganze Land. Doch nicht überall regnet es gleich viel. An manchen Stellen ist der Wasserteppich dicker, an manchen dünner. Über zwei Meter dick ist der Wasserteppich an den Alpen. Der Landkreis Nordheim im südlichen Niedersachsen liegt mit 86 Zentimetern genau im Durchschnitt. Weniger als 60 Zentimeter Niederschlag sind es dagegen in Teilen Brandenburgs und Sachsen-Anhalts im ganzen Jahr. Doch einiges ist schon erreicht worden. Im Rhein kann man ohne Sorge um ernste Gesundheitsschäden wieder baden. Und sogar der Lachs ist zurückgekehrt. In klaren Nebenflüssen wie in der Sieg findet er wieder Plätze zum Laichen. Der Weg durch den Rhein ist zwar noch immer alles andere als sauber, doch einige hundert Lachse schaffen es inzwischen Jahr für Jahr wieder zurück bis ins Meer. Wasserwirtschaft, Forschung, Umweltbehörden und Verbände arbeiten daran, die Flüsse wieder in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, bleibt jedoch auch im wasserreichen Deutschland noch immer viel zu tun. Das heißt, wir werden begehängt, wenn wir zu diesem Ziel finden,